Hallo Leute, ich bin's Alex und ich wollte euch nur mal eine kurze, frische Erklärung geben, warum derzeit eigentlich keine neuen Videos kommen. Ich kann euch nur mal so viel erklären, es ist definitiv keine freiwillige Pause, es ist nicht so, dass ich irgendwie keinen Bock habe oder irgendwie sowas in der Art. Es ist eher, dass ich seit Samstag nur das Bett hüte und ziemlich ziemlich fertig bin, wenn ich das ehrlich mal zugeben darf. Ich hab nen geschwollenen Kiefer, mich hat's ein bisschen hart erwischt, war zwischendurch auch mal kurz im Krankenhaus, um mich durchchecken zu lassen. Was genau das ist, werde ich jetzt aus Gründen der Privathaltung natürlich nicht sagen, aber ich kann mal so sagen, ich nehme derzeit ein Antibiotikum und bin auf dem Weg der Besserung. So viel kann ich immerhin schon mal verraten. Von daher, sprechen war kaum möglich ohne mich vor Schmerzen, wirklich ein bisschen, naja, es war auf jeden Fall mit Schmerzen nicht gut möglich, jetzt irgendwie Folgen aufzunehmen. Und auch generell konnte ich einfach gar nichts machen außer rumliegen und naja, immerhin hab ich mal wieder die sechste Staffel von 24 geguckt, um jetzt die siebte Staffel, die ich mir frisch gekauft habe, mal endlich mal gucken zu können. Ja, das wollte ich euch nun mal Bescheid geben, also keine Sorge, es kommen bald wieder neue, frische Let's Plays und alles. Kann sein, dass ich vielleicht jetzt nochmal gleich so ein bisschen anfange, die paar Folgen, die ich noch so auf Lager habe, mal hochzuladen. Hätte ich eigentlich auch die letzten Tage schon machen können, aber ganz ehrlich, wenn ihr das Bett hütet mit Fieber und total fertig seid und die ganze Zeit nur auf Schmerzmitteln rumhockt, ich glaube, dann kann man nachvollziehen, dass ich irgendwie doch ein bisschen andere Sorgen in meinem Kopf habe, als mal eben ein paar Videos hochzuladen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ansonsten, was gibt's Neues? Wenn ich schon mal am Reden bin, dann kann ich ja auch ein bisschen was erzählen. Ja, es gibt dieses neue Channel Design, das One-Channel-Design. Mein Designer Eloy ist jetzt schon länger mal dabei, mir was zu basteln, also nicht wundern, da kommt noch was Neues. Und das ist bis jetzt alles nur ein Platzhalter, was ihr da seht. Ich habe bis jetzt da ein bisschen Gedanken dazu gemacht, da ist auf jeden Fall was unterwegs. Da muss ich nur mal ein bisschen meinem Designer in den Arsch treten und ich weiß, dass er versteht, wie ich das meine und zwar als Joke. Ja, ansonsten auch Morrowind, keine Sorge, es kommen wieder Folgen. Ich muss nur einfach mal gesund sein und dann mal ein bisschen Zeit haben, mal ganz viele Folgen von all den vielen verschiedenen Let's Plays, die ich derzeit habe, mal wieder zusammen zu sammeln, um auf jeden Fall zu gewährleisten, dass jeden Tag immer ein paar Folgen kommen. Ja, das wollte ich nur mal eben gesagt haben. Danke für eure Geduld, danke für eure... Trotzdem, momentan merke ich, dass viele von euch wieder meine alten Videos durchschauen und da auch vielleicht kommentieren, unter anderem Deus Ex Human Revolution und so. Und was ich ganz cool finde am neuen Design, ist auf jeden Fall die Tatsache, dass man jetzt mal, finde ich, unten auf jeden Fall den Playlist deutlich schneller mal sieht und mal schneller durchgucken kann, ey, was für Playlists oder was für Projekte hatte der Alex denn bis jetzt alles schon so. Also wenn ihr da mal ein bisschen durchgucken wollt, kann ich das nur empfehlen, weil es gibt doch ein paar ältere Let's Plays, die jetzt halt viele gar nicht mehr kennen, die jetzt meinen Kanal relativ frisch abonniert haben. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Schmuckstücke, auf die ich auf jeden Fall doch trotzdem stolz bin, so unter anderem das erste Jedi Knight Outcast, äh, mein Skyrim Let's Play dürften die meisten ja noch kennen, gehe ich mal von aus, Mass Effect 3, generell Mass Effect 1, 2, 3, wobei ich sagen muss, wenn ihr wirklich mal, äh, sehen wollt, was ich immer wieder ganz witzig finde, wo, wo, wo ich angefangen habe, dann schaut euch einfach mein allererstes Let's Play an und das ist halt Mass Effect 1, dann könnt ihr mal sehen, äh, wie ich mal angefangen habe, wie meine Stimme damals noch war und wie schüchtern ich dann auch voll im Mikrofon sitze, das war auf jeden Fall eine ziemlich witzige Erfahrung, das mal wieder zu hören, kann ich euch auch nur empfehlen, das ist eigentlich, wenn man auf jeden Fall meine aktuelleren Let's Plays kennt und mich schon eine Weile mal gehört hat, so dann ist das auf jeden Fall relativ amüsant, wie ich zumindest finde. So, gut, ähm, ich glaube, damit habe ich auf jeden Fall genug erzählt, mir tut schon wieder alles weh, von daher würde ich sagen, ähm, ja, wir sehen uns bald bei irgendeinem letzten Let's Plays und ich bin bald wieder auf den Beinen, von daher, mein Name ist Alex, bis dann!